Mal gucken, ob wir uns dieses Mal an ihm vorbeischleichen können. Nö. Hat uns bemerkt. Tschüss. Okay, wir haben Steintafeln hier. Steintafeln des Jochen. Michael, Markus. Ich glaube, das sind die Entwickler, oder? Vier Vertiefungen. Okay, und ich kann nur Steintafeln so einsetzen. Tafel wurde eingesetzt. Also ich muss nicht rumprobieren. Ich kann nur bestimmte Tafeln einsetzen. Ja. Hinschrift von Arne lesen. Mortanon. Why, oh why didn't I take the blue pill? Erbauer von Grauford. Türganach und Imperia. Mhm. Möchte jemand Käsebällchen? Gary? Die sind gut. Na, Käsebällchen? Hallo? Mhm. Sie haben sich verweht. Hier gibt es keinen, äh, Thelma. Holger lesen. Das Spice muss fließen. We all sing to Head Revision. Aha. Steffen. Wahrhaft siegt, wer nicht kämpft. So ein Zug. Chinesischer General. Trantor immer siegen, haben Flammenwerfer. Trantor angehender Beherrscher des Universums. Ja, manche der Anspielungen kenne ich. Zum Beispiel das Spice muss fließen, ist aus Dune. In der Steinhardt befinden sich vier Vertiefungen. Sidonie einsetzen. Jochen einsetzen. Markus einsetzen. Die Schrift auf der Staffel ist nun lesbar. Und Michael einsetzen. Sidonie lesen. Muss Hessen verdichten. Girl. Hm? Jochen lesen. La Silca sagt, der abartige Gelbe Keks trifft die Auster an der Leitplanke im Strahlungskönig. Okay. Ravenpass, Konsole, Set, Global Flag, True, Name gleich. Okay. Bäume sterben aufrecht. Alejandro Casona. Gut, das mit der Hinschrift sollten wir uns merken, wenn ich mir aufschreiben. Äh, der steht schon wieder. Äh, der steht schon wieder. Fertig. Da muss ich wieder die Uhrwerkhallen. Da muss ich noch im Level aufsteigen. Jetzt kann ich den Irrfett und die heiligen Städten mal abschließen. Zuerst. Das heißt, Dryadenhain, Herz des Heils. Das heißt, Dryadenhain, Herz des Heils. Da ist der Irrfett. Elends Segen. Wegen der heiligen Orte. Die letzte Stätte ist gereinigt. Jetzt ist es vollbracht. Ihr habt die Wunden des Landes geschlossen. Ich danke euch. Ich würde euch gerne bei eurer Aufgabe helfen, so wie ihr mir. Aber ich fürchte, ich kann euch nur mit diesem Ring oder einem Zauber entlohnen. Ich nehme den Ring. Möge er euch dienlich sein, Runenkrieger. Ring der Lebenskraft. Ist das ein Ring, der einfach nur Leben erhöht? Ja. Oh, Utwids Ring. Hm. Ja, den kannst du tragen. So. Oh, der E-Fett. Elends Segen. Wegen des Irrfetts. Ich habe ihn befreit. Er steht da neben dir. Er ist euch sehr dankbar. Ich glaube, er hat euch lieb gewonnen. Ihr könnt mit ihm sprechen? Ja. Er und ich sprechen noch die Sprache der alten Welt, die gesprochen wurde, bevor die Völker geboren wurden. Der Irrfett ist sehr schwach. Er benötigt Nahrung. Was frisst denn so ein Irrfett? Ah, schön, ich sehe, ihr sorgt euch um ihn. Dem, was ihr dem Irrfett füttert, wird er sich entwickeln. Der Irrfett benötigt dreimal Nahrung von einer Art, damit er wachsen kann. Sobald ihr ihm also drei Kristalle oder drei Herzen gebracht habt, wird er sich verwandeln. Achtet also darauf, von welchem der Dinge ihr ihm als erstes drei füttert. Damit bestimmt ihr sein Wesen. Ihr müsst die Nahrung allerdings zerkleinern, bevor er sie schlucken kann. Kauft dazu in Empyria einige Mörser. Sie sollten dafür geeignet sein. Okay, jetzt wissen wir, wofür wir die Mörser brauchen. Und ja, ich werde dem armen Irrfett keine Herzen geben. Ich werde ihm die Aria-Kristalle geben. Wir haben immer noch das Ding. Mal gucken, ob ich den Samen verkaufen kann und die Schale. Also zurück auf den Bazar. Dort konnte ich ja noch zwei Mörser kaufen. Einen habe ich bereits. Mal gucken, wer hat Mörser verkauft? Du da verkaufst einen Mörser. Also das Ding kann ich nicht verkaufen. Ich könnte die Herzen verkaufen. Ich könnte sogar den Schlüssel für den Hintereingang verkaufen. Und den Lava Rubin. So, zwei Mörser habe ich schon mal. Ich brauche noch einen dritten Mörser. Ich weiß, eine verkauft hier noch einen. Bingo Mörser. Bei dir könnte ich Runen verkaufen. Nein, nicht die Rune. So. Zauber müsste ich auch mal wieder verkaufen. Ja, du kaufst Mental-Magie. Also verkaufen wir auch natürlich Mental-Magie. Dann geben wir mal wieder den Anfang. Das sollten wir auch alles irgendwann verkaufen. Du kaufst nichts an Zaubern. Okay, Todes-Magie. Also schwarze Magie. Ich glaube, du kaufst Elementar-Magie. Ja. Ja. So. Und du Weiße. Und du Weiße. Gut. Dann machen wir jetzt die Irrfit-Quest fertig. Und dann noch das Vermächtnis der Zerbieten. Und jetzt noch das, was ich? Okay. Okay. Und jetzt noch das. Okay. 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 So. Der Elfer trägt seinen kleinen Kopf gegen eure Hand. Ein seltsames Gefühl durchströmt euch wie ein warmer Wind. Der Irrfeld blickt euch lange an und ihr spürt eine Welle der Taktback durch euren Geist strömen. Dann stupst er euch mit seiner Schnauze. Er scheint Hunger zu haben. Ja, dem Irrfeld einen Aria-Kristall. Jetzt am Abend den Kristall und der Irrfeld schlingt den Aria-Staub einig hinunter, wobei er den Mörser zerstört. Als langst du stupst der Irrfeld wieder gegen die Hand. Er scheint aber immer noch hungrig zu sein. Noch ein Aria-Kristall. Ja. Dem Irrfeld ein Herz. Ihr habt kein Herz, das ihr verfüttern könnt. Durchsucht eure erschlagenen Feinde nach Herzen. Dann geben wir ihm noch ein Aria-Kristall. Wer denkt, ihr seid im Begriff dem Irrfeld seinen dritten Aria-Kristall zu füttern? Wenn ihr dies tut, wird der Irrfeld sich in seine helle Form verwandeln. Wollt ihr das wirklich? Ja, der Irrfeld den letzten Kristall füttern. Jetzt ernannt den Kristall und der Irrfeld schlägt den Aria-Staub eilig hinunter, wobei er den Mörser zerstört. Dann erstrahlt er plötzlich in gleisendem Licht. Der Irrfeld beginnt sich in seine helle Form zu verwandeln. Ja, wir fragten die Triade über die Verwandlung des Irrfeld. Der Irrfeld hat sich verwandelt und scheint nun auf eure Befehle zu hören. Fragt die Triade, was es nun aus ihm führt. Elends Segen Wegen des Irrfelds Er hat sich verwandelt. Ihr habt ihm nicht nur sein Leben zurückgegeben, sondern auch sein Wesen bestimmt. Der Irrfeld ist euch sehr dankbar. Er möchte euch begleiten und seine Lebensschuld begleichen. Er sieht es als seine Pflicht und er möchte in eurer Nähe sein. Gut, ich freue mich, einen Begleiter zu haben. Dann passt gut auf ihn auf. Viel Glück! So, das wäre auch erledigt. Elends Segen